Ja, wie soll ich sagen, also wir haben ja dann in die Schule, ich bin gegangen in Kernbach, da haben wir jeden Tag den schönen Weg zur Schule, wir haben auch am Anfang, glaube ich, immer Nachmittagsschule gehabt und dann von der größeren Klasse dann halt Vormittagsschule. Und da sind wir immer gelaufen und im Winter hat es ja so viel Schnee gehabt, dass der Fogt, der alte Fogt, der hätte Bulldog gehabt und hinten hat er so Dreieck gehabt und da haben wir alles können drauf hocken. Und so sind wir in die Schule gekommen, wie Schnee, Wind und Wetter. In der Schule haben wir dann hinter dem Ofen so Kleiderständer gehabt, da haben wir auch können die Sachen zum Trocknen nachbringen. Und dann sind wir aber auch immer mit dem Schlitzel gefahren. Das war ja auch nicht gestreut, es war halt Schnee auf der Straße und da sind wir immer mit dem Bob von einem Nachfahrer. Also von der Schule ist so gut gegangen, bis fast heim, gell. Und Handarbeit haben wir dann auch gehabt am Nachmittag von der Berger Müller von Wolfer. Und da sind wir als in Hirschnurm, da haben wir beim Hirschwirt einen Nudelzug gegessen für 25 Hirschnurm. Es hat immer so ein Zipfel gehabt, mit so einem Bobbel hinten dran, war ein witzig, kleines, lustiges Malen. Und der hat ja einen zweiten Stock, den wir so Holzgländer gibt, der ist immer auf dem Glendorf und hat gerutscht. Ja, also da ist mir das an sich gut gegangen, weil eben vom Pfarrer her sind die selben Mutter. Die haben dann immer auch, die haben dann einfach sich auch nicht hungern müssen oder so. Die haben auch Geißen im Stall gehabt, da haben wir dann auch Butter und Milch gekriegt es immer so, gell. Also da habe ich mit dem Mann jetzt vielleicht 36 geboren in den Hausachter oder mehr erlebt. Ich war ja da ein Einzelkind und dann habe ich das, das ist mir das an sich immer. Also ich weiß es noch mal, das hätte mir als Mutter immer gesagt, also hinten auf der Wiese, wo keine Hirschen waren, da sind, glaube ich, einmal so Pferdedings gekommen, das waren Marokkaner. Und da habe ich dann auch, glaube ich, schon klargekriegt, so. Also viel mehr weiß ich da nicht so, weiß es nicht. Dein Vater war Bürgermeister? Ja. Im alten Rathaus? Ja, 1961 war das. Da war so der Bürgermeistersteiger. Wie soll ich jetzt das sagen? Also immer auch sehr zurückhaltend, weil, dass man im Dorf nicht irgendwie auffällig war. Das auf jeden Fall. Ich meine, das war ja dann schon 1961, nachher in der Zeit, da war ich ja dann schon auch erwachsen in dem Sinne. Ich denke halt immer nur zurück, dass er alles gut gemacht hätte für Kärnbach. Also nichts mit der Unterstützung von der Gemeinderäte und allem. Also er war schon im Grunde genommen, muss ich sagen, glaube ich, sehr fortschrittlich. Er ist gut mit ihm klargekommen, mit den Kärnbachern. Also er ist ja vom Obertal gewesen. Das waren drei Bräder. Auf dem Liefersberg war er da immer als Hirtenbue. Die sind halt auch fort müssen. Und seine Mutter war ja 40 Jahre lang Hebamme. Und wenn er, wo er daheim war, hätte er mit der Mutter immer fort und müssen das Käferli tragen, bei Wind und Wetter. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Da hätte sie einmal eine Geburt gehabt ins Unteren Webers, da wo jetzt der Rolf Moser wohnt. Also die Mutter lebt ja noch. Das ist auch eine Cousine von meinem Vater. Seil ist aufs Weltkampf am 26. Juli und gleichzeitig auch der Erwin Schwenk. Da ist also zwei Geburt an einem Tag. Da war er immer Hausgeburt. Und somit hätte er quasi auch vom Obertalern eine gute Resonanz gehabt. Und die hätten ihn auch unwahrscheinlich unterstützt. Also wenn ich so zurückdenke, denke ich als immer. Da ist von der Obertalern, die hätten ihn dann auch in Welle. Er war ja Forscher vom Rathaus, er war ja so Gemeindediener, war er ja. Und hätte auch das ganze Ding so, also das ganze Ding so alles gekämpft. Irnbach war ja dagegen, das ganze Ding. Mit Händen und Füßen hätte er sich ja da gewehrt. Aber es war eine Versammlung in der Grohle und da hat Hans Röck, der von der AOK, der Chef, der hat gesagt, wir können nicht anders, wir wären postialisch von Wohlfach versorgt. Und der Helmut, dann der Potzer und der Kiefer, der Kiefer Fritz und mein Mann, wir haben ja Unterschriften gesammelt für Hausach, gell. Aber man ist da halt nicht durchgekommen, gell. Weil die haben halt alle Wohlfach zuwillen, gell. Weil Wohlfach ja den Kreis verloren hat, haben sie ja quasi die Kiernbacher gebraucht und halb wieder. Und die Kiernbacher haben halt Geld gehabt. Und den Wald haben sie gehabt. Der Vater hat damals gesagt, für ihn war es halt ganz schlimm, wo der Geiser, wo der Rottus war, gekommen ist und hat das Auto, also ins HVW geht, hat das Auto mitgenommen und hat, glaube ich, das Geld noch mitgenommen und sind halt abgerauscht nach Wohlfach. Das war halt furchtbar für ihn, gell. Der Vater und die Gemeinderäte, die haben immer gespart, die haben immer gespart, gell. Ich meine, die haben ja auch den Ritterhof gekauft, den Liebersberg gekauft, dann den Feisshanserhof gekauft, das ist alles unter meinem Vater gewesen, gell. Und die ganze Welt auch dazu, gell. Wohlfach ist eine ganz andere Mentalität. Ich weiß nicht, ob du dich von früher her kennst, wo ich also, wo ich ins Fährerbau, also mein Beruf gemacht habe und habe die alle von der Stadt so kennengelernt, ja, die Herrschaften sind am Mittwoch alle nach Schramberg zum Einkaufen. Das war halt einfach irgendwie ein besseres Stand-Händikett, gell. Du bist ja nicht so akzeptiert gewesen, gell. Es sind ja eine Gruppe da, wo man dann wirklich auch gut zusammengekommen ist, aber es hat da wirklich auch eine Schicht, eine andere Schicht, gell. Und da bin ich also, es ist kein Treu, da bin ich nicht reingekommen. Okay. 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 Okay.